Auf meiner Visitenkarte steht Christoph Eichel, Vorstandsassistent Ressortschaden Leistung oder Executive Assistant to the Chief Claims Officer. AXA Deutschland ist einer der größten deutschen Versicherungskonzerne und Teil der internationalen AXA Gruppe. Als Vorstandsassistent unterstütze ich den für Schaden und Leistung verantwortlichen Konzernvorstand bei einigen Aufgaben. Zum einen setzt der Vorstand ein sehr hohes Vertrauen in einen, sowohl auch einen hohen Anspruch. Dem muss man jeden Tag gerecht werden, daran wächst man. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk unter den Vorstandsassistenten, man tauscht sich regelmäßig aus. Das hilft enorm und es sind auch einfach unheimlich nette Kollegen. Als Vorstandsassistent sollte man zuverlässig sein, große Eigeninitiative haben und einen hohen Anspruch an sich selber. Ich glaube, das bringt man mit, wenn man gut ausgebildet ist, wenn man sehr zielstrebig ist und dafür muss man nicht unbedingt eine versicherungsfachliche Ausbildung absolviert haben.